Wir unterbrechen für eine super wichtige Mitteilung, die diesmal nicht von uns kommt, sondern von der BILD. Das haben wir heute Morgen vielleicht oder Sie auch verfolgen können. Wahnsinnsmeldungen verfolgen uns da. Dieser Sommer, das werden Sie so vielleicht noch nie erlebt haben. Die vergleichen das mit der Sahara. Vielleicht können wir uns das später mal anschauen, den Artikel. Es ist wirklich Wahnsinn, was wir diesen Sommer erleben werden. Das wird wirklich, das wird uns schocken. Der Sahara Sommer dieses Jahr 2019. Ja, man denkt endlich schönes Wetter, aber Pustekuchen, weil das wird, glaube ich, nicht lustig werden. Ja, ich meine, wir genießen natürlich das schöne Wetter. Jeder, der über die Osterfeiertage zu Hause war, war draußen, weil das Wetter fantastisch ist. Aber das geht dann vom Freuen über das schöne Wetter ruckzuck auch ins Jammern über das zu schöne, zu warme Wetter. Und wenn man jetzt bedenkt, im April Sommer Temperaturen bis zu 28 Grad und dann weiterdenkt, wie wird das im Juni, Juli, August in den eigentlichen Sommermonaten? Und dann muss man einfach jetzt schon reagieren, damit man sich wenigstens zu Hause einen Raum oder gar die ganze Wohnung zum Wohlfühl-Oase macht. Und das geht mit unseren Produkten heute. Wir haben noch zwei Alternativen zur Klimaanlage und eine Klimaanlage. Und da möchte ich gleich noch ein Wort dazu verlieren. Klimaanlage. Es gibt natürlich Dachgeschosswohnungen, die haben dann im Sommer 30, 35, 40 Grad. Und da wirst du mit einer Klimaanlage, mit einem Verdunstungsluftkühler, wie wir Ihnen gleich vorstellen, werden nicht weit kommen, weil da der Temperaturunterschied zu gering ist. Da braucht man zwingend eine Klimaanlage. Aber für alle anderen, die normale Umstände haben, ist ein Verdunstungsluftkühler genau das Richtige. Wir stellen diese Technologie seit vielen Jahren vor und jedes Jahr wird die Akzeptanz größer, weil immer mehr Menschen bemerken, das funktioniert ja wirklich. Ich habe da nie daran gezweifelt. Wir können es ja immer live im Studio erleben, wie unglaublich effektiv das ist. Aber viele haben halt gezweifelt wegen der Verdunstungsluftkühlung. Schon allein das Wort widerspricht sich eigentlich. Hier haben wir unseren Bestseller aus dem letzten Jahr. Der ist jetzt im Moment noch lieferbar. Das ist ganz, ganz wichtig, weil der war auch letztes Jahr als allererstes ausverkauft. Es ist aber auch ein Gerät, welches ich das ganze Jahr benutzen kann. Und was ich auch schön finde, ist, er sieht sehr repräsentativ aus, oder? Deswegen auch Design-Verdunstungsluftkühler, denn das ist auch ein Modell, das möchte man nicht verstecken. Das möchte man wirklich aufstellen und dann die angenehme Kühle genießen. Aber nicht nur für den Sommer, weil das ist ja auch ein Ganzjahresprodukt. Richtig. Also sprechen wir erst mal über das Ganzjahresprodukt. Wir haben einen Luftreiniger mit drin, einen Ionisator, den ich jederzeit über Fernbedienung oder direkt am übersichtlichen Display zuschalten kann. Wir haben einen Luftbefeuchter. Das ist interessant in der Heizungsluft, weil die haben wir jetzt gerade hinter uns. Das ist sehr, sehr trockene Luft. Nicht gesund für uns, für unsere Pflanzen oder auch für unsere Haustiere. Aber jetzt kommen wir zur Hauptaufgabe. Einmal natürlich Kühlung und zwar gefühlte Kühlung durch eine großflächige Ventilationsfläche und hier einfach in drei Gebläsestufen einstellen. Dann kommt frische Luft. Wenn ich die Swing-Funktion dazu schalte, dann verteilt sich diese bewegte Luft schon mal im ganzen Raum. Aber jetzt kommt eben der Hammer. Nicht nur gefühlt kühler, sondern tatsächlich kühler wird die Luft, wenn ich die Verdunstungsluftkühlung einschalte. Hier oben ist so ein Kühlsymbol. Ich schalte es auch gerne mal ein. Und sobald ich das einschalte, passiert Folgendes im Gerät. Innen drin, wir haben das gerade in einem kleinen Zuspieler gesehen, ist eine Wabenstruktur. Dort wird das Wasser ganz, ganz leicht verteilt und dann immer wieder permanent verdunstet. Beim Verdunsten entsteht, man sagt Verdunstungskälte, in Wirklichkeit physikalisch wird Wärme entzogen. Aber im Umkehrschluss ist das das Gleiche. Und da entsteht eine Temperatur, die drei bis fünf Grad kühler ist als die Umgebungstemperatur. Und die wird jetzt vom Ventilator im Raum verteilt. Und dadurch habe ich dieses angenehme Gefühl wie eine Meeresbrise. Wer das Glück hatte, am Meer im Urlaub gewesen zu sein, der weiß, wenn man am Strand entlangläuft, egal wie heiß es ist, vom Meer her kommt eine immer leicht kühle Brise. Und dann ist es auszuhalten. Da muss man nur ein bisschen aufpassen, dass man keinen Sonnenbrand bekommt. Das brauchen Sie zu Hause nicht. Aber das System, es gibt immer noch Zweifler. Verdunstungskälte. Und ich muss auch sagen, vor ein paar Jahren noch dachte ich bei Verdunstung immer an Verdampfung. Und das heißt 100 Grad. Da kann keine Kälte entstehen. Aber Verdunstung und Verdampfung ist was ganz anderes. Verdunstung kann bei jeder Temperatur stattfinden. Und wir kennen das zum Beispiel, wenn wir im Schwimmbad waren oder gerade ganz extrem bei Kindern. Wir kommen aus dem 26 Grad warmen Wasser in die 30 Grad warme Luft und bekommen plötzlich Gänsehaut. Warum? Bei 30 Grad kann man nicht frieren. Man kann keine Gänsehaut bekommen. Doch durch die Verdunstungsluftkühlung. Das Restwasser wird hier verdunstet. Es wird Wärme entzogen. Und dementsprechend frieren wir unsere Kinder. Die trocknen wir ja sofort ab. Das ist das Prinzip, das funktioniert. Und hier unser absoluter Bestseller des letzten Jahres. Hier schnell zugreifen. Ralf, ich will kein Spielverderber sein, aber wir müssen jetzt wirklich ganz, ganz schnell sein. Liebe Zuschauer, das ist das Modell, was momentan noch verfügbar ist. Alles, was jetzt kommt, ist derzeit vergriffen. Natürlich bemühen wir uns immer, dass wir Nachschub bekommen. Aber der ist noch verfügbar. Unser Design-Highlight, das Ganzjahresmodell für 113,91 Euro. Bitte seien Sie da schnell. Sie brauchen jetzt die Bestellnummer. Das ist die NX1308 und die 569. Und es war ja jetzt schon über Ostern, wo du dachtest, Mensch, das ist ja wie im Urlaub das Wetter. Wem das allerdings noch zu wenig ist, also wenig Power, wer wirklich dann auch große Räume hat, so wie du das ja auch, das ist ja auch dein Modell. Das ist ein Raumkühler im Prinzip für größere Räume. Und den habe ich bei mir hauptsächlich im Schlafzimmer. Jetzt müssen wir sagen, ich habe eingangs gesagt, die alternative Klimaanlage. Warum? Unser erstes Gerät kühlt, aber braucht nur 65 Watt Strom. Hier beim Großen sind wir gerade mal bei 180 Watt. Das heißt, der Stromverbrauch ist erheblich geringer. Ein weiterer Vorteil der Verdunstungsluftkühler ist natürlich, dass wir keinen Abluftschlauch haben. Das heißt, dieses Gerät kann ich überall hinstellen. Ich kann sogar die Türen und Fenster offen lassen und frische Luft weiterhin hereinlassen. Es funktioniert trotzdem. Und die dritte und für viele die entscheidende Frage oder Sache ist, ich werde, also ich habe noch nie jemanden gehört, der gesagt hat, ich werde durch einen Verdunstungsluftkühler krank. Bei Klimaanlagen kennen wir das. Da reagieren sehr, sehr viele Menschen empfindlich. Und dann hat man ruckzuck eine Erkältung oder gar eine Sommergrippe am Hals. Das passiert bei einem Verdunstungsluftkühler auf gar keinen Fall. Denn die Temperaturunterschiede sind moderat. Es sind drei bis fünf Grad. Gefühlt, wenn man sich jetzt in den Luftstrahl setzt, aber dann bis zu zehn, elf Grad gefühlter Temperaturunterschied. Und hier sehen wir, der ist richtig groß, aber das macht nichts. Der ist leicht zu transportieren, weil der steht auf Rollen. Und den kannst du von Raum zu Raum verschieben. Tagsüber von mir aus ins Wohnzimmer und abends dann ins Schlafzimmer. Und der hat mir wirklich viele ruhige und tief schlafende Momente beschert, weil ich ihn bei mir dann immer, sobald es über 20 Grad hat nachts, bin ich ein Mimöschen, da kann ich nicht mehr schlafen. Dann kommt dieses Gerät zum Einsatz. Einfach einschalten, drei Ventilationsstufen und ich schalte mal die höchste ein. Und dann hört man, glaube ich, schon, wie kräftig das ist. Swing-Funktion dazu und dann natürlich noch die Verdunstungsluftkühlung. Wunderbar hier am Gerät ist, dass es eine Timer-Funktion hat. Das ist ganz, ganz wichtig auch für mich im Schlafzimmer. Dann stelle ich ihn auf zwei, drei Stunden, je nachdem wie warm es ist, ein. Und dann schlafe ich tief und fest und dann kann auch das Gerät auf Standby. Und wir haben auch hier in unserem Raum Luftkühler, einen Ionisator, also einen Luftreiniger, der unglaublich effektiv und wirkungsvoll und vor allem auch schnell gegen Gerüche oder andere Störfaktoren in der Luft vorgeht. Also auch, das können auch Viren, Bakterien oder Pollen sein. Aber gerade Geruchentwicklung ist natürlich in der warmen Jahreszeit wesentlich stärker als im Winter. Das stimmt. Liebe Zuschauer, sichern Sie sich jetzt den TV-Sonderpreis. Sie sehen, der ist derzeit vergriffen, aber bestellen Sie jetzt vor. Warten Sie nicht erst bis Mai, weil der wird nicht mehr hier wirklich vorhanden sein. Sie müssen unbedingt vorbestellen. Allein, dass Sie sich natürlich einen sichern und zum anderen, damit Sie sich auch den TV-Sonderpreis sichern. Denn der kommt hier von einer unverbindlichen Preisempfehlung von 280 Euro. Jetzt bei uns für 180, 41, Versandkosten frei. Aber ich glaube, wenn das dann einmal so heiß ist, werden die Leute so verzweifelt sein, dass man den auch für 100 Euro mehr kaufen würde. Es gab früher, oder früher, letztes Jahr, gab es Bandansagen in Baumärkten. Bevor du irgendwann durchgestellt wurdest, kam die Ansage, alle unsere Ventilatoren, Luftkühler und Klimaanlagen sind ausverkauft. Da sieht man, und so wird es dieses Jahr auch wieder sehen. Wir haben gesehen, die Schlagzeilen der Bild-Zeitung, aber wir haben auch Meteorologen schon gehört. Wir kommen noch mal aufs System zu sprechen. Das ist also jetzt keine Erfindung von uns oder keine menschliche Erfindung, sondern das ist ein Naturgesetz, das jetzt technisch umgewandelt wurde. Und zwar, dass eben beim Aggregatwechsel eines Stoffes Wärme entzogen wird. In dem Fall Wasser. Wasser ist flüssig, wird verdunstet. Also Aggregatzustand, hier dann Luft, ja, also zu gasförmig. Jetzt habe ich es von fest zu gasförmig und da wird Wärme entzogen. Und das sieht man auch beeindruckend, wenn man mal so eine Brutangasflasche oder Propangasflasche hat, zum Beispiel auch für Heizgeräte. Hier sehen wir sowas, übrigens bei uns hier im Studio im Winter aufgenommen und du siehst diese dicke Eisschicht unten drunter. Wir hatten hier nicht minus 30 Grad im Studio, sondern das ist einfach und allein auch diese Verdunstungskälte, die sich da festsetzt. Also Sie sehen, das mit der Verdunstungskälte ist keine Erfindung von uns. Das ist ein ganz normales, natürliches, physikalisches Gesetz. Die Bestellnummer für unseren Verdunstungsraumkühler ist die NC 5769 und die 569. Da steckt ordentlich Power dahinter. Das ist der Tipp von Ralf. Du hast ihn dir, glaube ich, vor zwei Jahren geholt. Oder drei Jahren sogar. Und wie gesagt, Sie dürfen den natürlich auch in der Nacht laufen lassen. Das ist gar kein Problem, macht nicht krank. Also das ist wirklich, wenn Sie sehr empfindlich reagieren, ist der genau das Richtige für Sie. Jetzt hattest du ja vorhin auch schon Dachgeschoss angesprochen. Da wird man wirklich mit einem Verdunstungsluftkühler nicht so weit kommen. Oder du hast eine riesengroße Fensterfront, wo wirklich fünf, sechs Stunden am Tag die Sonne drauf scheint. Dann haben wir so einen Gewächshauseffekt, dann wird es unglaublich warm. Dann ist eine Klimaanlage natürlich unbedingt notwendig. Wir haben hier eine Monoblock-Klimaanlage. Und jetzt nochmal, die braucht natürlich etwas mehr Strom. Aber sie braucht immer so viel, wie Sie damit umgehen. Wir haben hier ein Gerät mit Energieeffizienzklasse A. Das ist ganz, ganz wichtig. Da sollten Sie immer drauf schauen, weil hier brauchen wir zwar ein bisschen mehr Strom, aber Strombedarf und Leistung sind hier weit auseinander. Wir haben 2600 Watt Leistung, aber Strombedarf nur 999. Und da sehen wir Energieeffizienzklasse A bei einer Klimaanlage. Das ist außergewöhnlich vernünftig eingesetzt, nämlich nur dann, wenn ich sie brauche, dann frisst sie einem auch nicht die Haare vom Kopf. Die ist unglaublich effektiv. Also sie kann durch ihre 9000 BTU per hour, das ist British Term Unit pro Stunde, das sagt an, wie schnell ein Raum runtergekühlt wird. Hier Räume bis zu einer Größe von 44 Quadratmetern auf die gewünschte Temperatur herunterkühlen. Hier, das ist eine Range, die ich einstellen kann zwischen 17 und 30 Grad. Bei mir wären es wahrscheinlich 18 Grad, bei Anne-Kathrin wären es 26 Grad. Aber das ist ja egal. So, wie Sie sich wohlfühlen, genau diese Temperatur, da ist da natürlich ein Temperaturfühler drin. Das heißt, wenn die Temperatur erreicht ist, geht die Leistung wieder zurück und erhöht sich wieder, sobald die Temperatur wieder überschritten ist. Jetzt haben wir hier natürlich einen Abluftschlauch, weil hier wird Wärme entzogen und zwar unglaublich aktiv. Der muss irgendwie raus. Wir werden Ihnen nachher zeigen, wie das ganz einfach ohne bauliche Veränderungen geht, so dass wirklich jeder, der eine Klimaanlage hat, die auch nutzen kann, egal ob im Wohnzimmer, im Büro oder im Schlafzimmer, das geht spielend einfach. Ein Vierfach-Luftfilter ist ebenfalls verbaut in unserer Klimaanlage und somit wird auch die Luft noch gereinigt. Und, und das ist ganz wichtig, an diesen unglaublich schwülen Tagen, die den meisten Menschen zu schaffen machen, hier wird auch noch Feuchtigkeit entzogen. Die Feuchtigkeit wird übrigens dann gleich wieder genutzt. Das ist eben das Energieeffiziente auch, um das Gerät selber zu kühlen, also um die Kühlleistung noch mal zu verbessern. Ende Mai ist der nächste Liefertermin unserer Klimaanlage hier. Und das ist genau der Zeitpunkt, wo ich sagen würde, sollten Sie eine zu Hause haben, weil was sind die heißesten Monate, das wird auch dieses Jahr, Juli, August und wahrscheinlich der September sein. Im Juni wird schon mal ansteigen. Und das heißt, genau rechtzeitig kommt diese Klimaanlage zu Ihnen. Und wenn Sie sagen, ja, ich bin letztes Jahr fast gestorben hinter der Fensterfront oder ich wohne im Dachgeschoss, ich wollte sofort ausziehen oder ich bin in den Keller gegangen zum Schlafen. Ich habe mal ein halbes Jahr ohne Klimaanlage in einem Dachgeschoss gewohnt und da war es auch so unglaublich heiß. Ich glaube, jede Nacht dreimal auf, um kalt zu duschen, um reinzuliegen und dann wieder zu schwitzen. Also ich habe mir dann damals für das Dachgeschoss... Das ist ja auch eine Lebensqualität, ne? Ja, richtig. Du bist auch fertig. Wenn du mal eine Nacht nicht richtig schläfst, das steckt man noch weg. Aber wenn das zwei, drei, vier Nächte sind, dann bist du fix und fertig. Du bist nicht mehr leistungsfähig, du bist wesentlich anfälliger für Krankheiten und sowas können wir vermeiden mit einer Klimaanlage. Dort, wo es nötig ist, unbedingt einsetzen. 1.000 Watt, also 999 Watt, entspricht einer Kilowattstunde. Und nur, dass Sie da mal über Ihre finanzielle Belastung nachdenken können. Eine Stunde Betrieb kostet im Bundesdurchschnitt 28 Cent. Und wenn man die jetzt vernünftig einsetzt und nur dann kühlt, gerade im Schlafzimmer, wenn man es braucht, vielleicht eine halbe Stunde, bevor man ins Bett geht, einschaltet und dann durch die Timer-Funktion noch zwei Stunden laufen lässt, dann verschafft mir wenig Geldeinsatz eine ruhige, wirklich geruhsame Nacht oder nach harter Arbeit sich einfach mal erfrischen. Fernbedienung ist natürlich im Lieferumfang enthalten. Also das zerrt dann wirklich schon an den Kräften. Ich habe das von einem Arzt letztes Jahr gehört, der gesagt hat, die Hausarztpraxen, die waren überfüllt, weil die Menschen wirklich auch Kreislaufprobleme hatten. Die sind massig dann auch umgekippt. Das ist, weil wir einfach darauf nicht eingestellt sind. Wir denken ja, wir leben in Deutschland, das wird schon gehen. Aber es ist wirklich, wir merken das auch hier in Deutschland, dass der Sommer sich hier verändert. Deswegen seien Sie schlau, bestellen Sie jetzt vor für 341,91 Euro. Das ist der TV-Sonderpreis. Normalerweise kostet dieses Modell, so wie es hier steht, laut Pearl.de knapp 400 Euro. Ja, das ist der normale Preis, den Sie eben nach den zwei Stunden zahlen. Die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers liegt hier sogar bei 400 Euro. Deswegen seien Sie da bitte schnell, jetzt schon mal vorbestellen, auch wenn hier steht, erst Ende Mai verfügbar. Aber jetzt schon mal vorbestellen. So, und jetzt noch mal was Grundsätzliches, nämlich zur Gesundheit. Es gibt Leute, die reagieren empfindlich. Das liegt auch oft am falschen Umgang. Wenn ich draußen 35 Grad habe, stelle diese jetzt auf 17 Grad ein und setze mich direkt in den kalten Strahl. Werde ich am nächsten Tag krank sein, egal wie empfindlich oder unempfindlich ich bin? Hiermit, mit einer Klimaanlage, kühle ich den Raum. Mit einem Verdunstungsluftkühler kann ich ruhig meinen Körper sofort kühlen. Hier, niemals bei einer Klimaanlage direkt in den kalten Strahl reinstellen. Lassen Sie die Klimaanlage Ihre Arbeit machen, den Raum runterkühlen. Dann bleiben Sie gesund und fühlen sich wohl. Und die Bestellnummer hierfür ist die NC 5655 und die 569. Wie gesagt, bitte jetzt vorbestellen. Die ist derzeit vergriffen, nicht lieferbar. Aber Ende Mai bekommen wir Nachschub. Ich hatte Ihnen hier vorhin auch hier den Abluftschlauch gezeigt. Der muss natürlich nach draußen. Und wie das geht, da hast du auch eine tolle Lösung mitgebracht. Ja, also man kann natürlich einen Wanddurchbruch machen. Wenn man Eigentum hat, geht das. Da gibt es sogar Schablonen beim Baumarkt. Wenn man in Miete wohnt, ist das natürlich suboptimal. Und dann nimmt man diese Fensterdurchführung. Die ist ganz einfach anzubringen. Wir sehen, einfach Fensterrahmen einmal kurz reinigen. Dann dieses Klebeband ringsherum anbringen. Darf bis zu vier Meter Umfang haben, das Fenster. Also wäre schon ein großes Fenster. Und dann bringst du diese Fensterdurchführung ganz einfach per Klett an. Die ist also dementsprechend auch schnell wieder wegzumachen. Und dann kannst du den Abluftschlauch, ohne dass wieder warme Luft reinkommt, rausführen. Viele haben das so gemacht, ich mache das Fenster aus und hänge den Schlauch raus. Ja, dann geht zwar die warme Luft raus, aber beim restverworfenen Fenster kommt die warme Luft von draußen wieder rein. Das heißt, du kühlst praktisch für draußen. Und das hat überhaupt keinen Effekt. Du musst das Fenster schließen. Und hier sehen wir es, Reißverschluss drin. Geht übrigens auch, wenn man noch so einen Ablufttrockner, Wäschetrockner hat, kann man dasselbe System verwenden. Aber hier reden wir jetzt von Klimaanlagen. Dann anpassen. Jetzt geht die warme Luft nach draußen. Und vor allem, sie bleibt auch draußen und drin. Wird es mit wenig Zeitaufwand sehr, sehr effektiv kalt. Also so eine Fensterdurchführung ganz unbedingt mit zur Klimaanlage bestellen. Naja, bei 16 Euro, das ist viel, viel besser, als wenn Sie da jetzt ein Loch durch die Wand machen müssen. Muss man ja erst mit dem Vermieter absprechen. Sieht auch unschön aus. Und vor allen Dingen, wenn ich einmal so ein Loch in der Wand habe, dann bin ich auch nicht mehr so flexibel. Hier kann ich das jederzeit ablösen, das zum nächsten Fenster dran kleben. Also bei 16 Euro gar kein Problem. Wichtig, was du sagst, da würde ich auch jedem, der das vorhat, empfehlen, zwei Fensterdurchführungen zu kaufen. Also gerade wenn du jetzt sagst, im Wohnzimmer soll es tagsüber kühler werden, da will ich es mal einschalten. Dann für dort eine Fensterdurchführung vorrichten und dann natürlich im Schlafzimmer. Ich glaube, das dürfte das Wichtigste sein, weil ein guter Schlaf ist natürlich sehr, sehr wichtig. Mit dieser Fensterdurchführung ist alles kein Problem. Und den guten Schlaf, den bekommen Sie mit unseren Verdunstungsluftkühlern, mit unserer Klimaanlage. Und das alles für kleines Geld. Wie gesagt, zwei Modelle jetzt derzeit vergriffen, aber dennoch vorbestellen definitiv. Dann bekommen Sie die auch definitiv und natürlich auch zum TV-Sonderpreis, der ja nur jetzt und die nächsten zwei Stunden gültig ist. Und wir wollen doch auch den Sommer genießen, oder? Wie freuen wir uns immer im Winter auf den Sommer? Und wenn er dann da ist, dann meckern wir immer. Und dieses Jahr wird der Sommer schön. Das können wir Ihnen hiermit versprechen. Deswegen gehen Sie schnell ans Telefon und bestellen Sie Ihr Verdunstungsluftkühler und Klimaanlage.